Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zu meinem Let's Play von Heart to Fall Boyfriend-O. Ja, ihr habt gevotet und ihr habt alle wirklich mit überraschend starke Mehrheit für das komplett bescheuerte Überraschungsspiel gevotet und ja, jetzt seid ihr selber schuld, jetzt spielen wir eine Runde Heart to Fall Boyfriend. Das Spiel ist komplett in Englisch, ich könnte es normalerweise auch auf Japanisch stellen, aber dann lasse ich mal lieber, so gut es war japanisch dann doch nicht, deswegen werde ich das Spiel halt auch Englisch quasi vorlesen, denn es ist nur ein Dialogspiel, sag mal also es gibt's in Japan, Japan ist sowieso ein sehr sehr seltsames Land, aber jedenfalls gibt es in Japan diverse Datingspiele, in diesen Datingspielen geht es darum, fiktive Charaktere halt zu einem Date zu bewegen oder halt eine Freundin oder einen Freund zu bekommen und in diesem Spiel hat sich jemand gedacht, ja, Menschen sind ja langweilig, also nehmen wir mal Vögel und deswegen sind in diesem Spiel alle Charaktere Vögel und ja, das ist das Prinzip des Spiels und wir versuchen natürlich einen Vogelboyfriend zu bekommen und wie gesagt, ich werde das kommentieren und auch auf Englisch vorlesen und ich werde auch versuchen, bei den verschiedenen Charakteren dann eine andere Stimme ein bisschen so zu machen, falls ich es jetzt nicht zwischendurch mal vergesse, aber ich werde mein Bestes tun und jetzt starten wir endlich. Welcome to St. Pigeonations. Please enter your name. St. Pigeonations. Für die, die es nicht wissen, Pigeon heißt auf Englisch Taube, deswegen ist das ein sehr cleverer Name. Okay, wir geben unseren Namen ein. Enter your first name. Mein Vorname ist nicht Yoko, nein. Mein Vorname ist natürlich Bacon. Ja, und mein Nachname ist natürlich Zack. Ist Bacon Zack okay? Yes, natürlich. How to for Boyfriend includes a powerful visualization module, allowing even the birdiest of birds to appear as normal humans when first introduced. Okay. Display human portraits. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ich dachte, das Spiel geht nur um Vögel. Wahrscheinlich habe ich dann, wenn die sprechen, irgendwie noch so ein kurzes Bild, wie sie als Mensch aussehen würden, aber natürlich wollen wir das sehen. Ich mache das Ganze bestimmt noch lustiger. Configuration saved. Okay. Es geht los. Sand Pigeonations. A school blessed with extensive curricula and facilities. It's already been a year since I ended my ordinary life and walked through these games. I should probably say, this school is known for one thing in particular. This school is Japan's, no, the world's greatest gathering place for gifted birds. Birds who want to study the arts, the sciences, even sports, all come to Sand Pigeonations. The teaching staff and student body are both made up of a diverse blend of birds of different backgrounds and species. I'm often asked why I chose to come here, despite not being a bird. Oh, okay. Wir sind also kein Vogel. It's a long story. Natürlich ist es eine lange Geschichte. Was auch sonst. Not every day I see you rushing around like this. Ryota! Natürlich, es ist Ryota. Usually, you'd have been ready for an hour now, Bacon. Overslapped. Ah, Ryota Kawara. Jetzt sehen wir also hier, wie er als Vogel aussieht. Und das würde er anscheinend als Mensch sein. Als Animefigur, besser gesagt. This rock dove is named Kawara Ryota. We've been friends since he was barely hatched. He can be a little mischievous, but he's responsible and kind. Okay. Breakfast was a little hard to catch today. I can't relax without red meat inside. Ja, das Gefühl kenne ich. Ich kann mich auch nicht konzentrieren, wenn ich kein rotes Fleisch im Magen habe. Living as a hunter together sounds tough. I'd be happy to make you a breakfast, you know. Okay. Diese Person ist seit gefühlten 10 Sekunden im Spiel und da möchte wir schon Frühstück zubereiten. I might take you up on that offer when starvation looms. Thanks, Ryota. Ah. Oh, the bell already. Come on, we need to hurry to class. Jeepers. No good being late on the first day. And so Ryota pulled me along into the school. Today is the start of a new semester. I wonder what lies in store. It was all I could do to adjust to the atmosphere last year. Better make up for all that lost fun. Okay, also wir möchten dieses Jahr ein bisschen mehr aus uns herauskommen. Heartful boyfriend. The most splendid and greatest academy of the pigeon, by the pigeon, and for the pigeon. First turn. This is pretty schön. Das wird mein neuer Screensamer. I think we're in two to three. Ryota and I are in the same class again. Old faces, new faces. A strange thrill fills my heart as I look around at the assembled birds. Ich sehe hier noch leider gar keine birds. I hope we all get along. Here's to the formation of many happy memories. Oh, the teacher's here. Kazuaki. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Nicht everybody, nein, nein. Everybody. Okay, das ist schon mal ein sehr geiler Wortwitz. Ah, I'm Nanaki Kazuaki. I seem to be your teacher of this year. I specialize in math and physics. And also some other things. Er ist eingepinnt. Sir, wake up. It's homeroom. He sleeps with his eyes open? Er schläft mit offenen Augen. Das erinnert mich an Gandalf. Ah, und es ist ein bildschöner Lehrer mit blonden Locken. Kazuaki Nanaki. Das ist Kwailis Nanaki Kazuaki. Er ist ein bekanntlich soporrificer Math-Professor. Ich weiß jetzt nicht, was soporrific heißt. Wird wahrscheinlich irgendwie sowas sein wie sehr, sehr gut. Was für ein schlechtes Anime-Klischee, dass einfach Leute einschlafen. Ah, I'm sorry. Isn't it a little warm in here? Which reminds me, we have a transfer student. Please, introduce yourself, Shirogane. Oh, mit diesem wunderbaren Federkleid hier hinten. Sakuya. Ist Sakuya jetzt ein Mann oder eine Frau? Ich weiß es nicht. Er sieht, oder es sieht feminim aus mit diesem Bouquet hier hinten. Ich denke, ich werde versuchen, Sakuya als eine Frau zu sehen. Wie die Musik sich einfach geändert hat. Oh, well, I guess not that. Hey, hey, hey. That's no good. But he doesn't want to introduce himself. But we can't just let him break the rules like that, sir. The system will collapse and we'll all turn into Kulaks and Decenters. Well, when you put it like that, could you at least say your name, Shirogane? Shirogane Lebel Sakuya. Natürlich, japanisch und französisch kombiniert. Stockschu... Oh, nein! Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Ist das jetzt ein Kerl oder eine Frau? Ich kann es anhand des Bildes jetzt nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist es ein ziemlicher Gaylord. Es soll auch anderes rauskommen, wenn man japanisch mit französisch kombiniert. It seems as faint as Shirogane Sakuya. His feathers would make any birdie proud. Okay, er ist ein Typ. Aber er ist ein Gaylord, deswegen werde ich, glaube ich, weiter in so Schwul sprechen. He's pretty stuck up. But then, transferring is never easy. I hope we can be friends. Natürlich. Sakuya sits down, glaring daggers at Ryoza and me. I think this little bird is telling me... Die ziehen das auch echt krallhart durch mit den Vogelwitz, ne? I think this little bird is telling me there's going to be trouble down the line. Oh, mieses Foreshadowing. Lunge already! Today is slipping by so quickly. That reminds me, I've had these books out from the library all summer. I'll return them now. Okay, auf zur Bibliothek. Where is everyone? Aside from the receptionist, there's hardly any birdie here. Huh? Is someone looking at me? Probably just my imagination. Erinner mich ein bisschen, ein bisschen, ein soli. What's wrong? Respond! I must be seeing things. Or not. A morning doe stands in a dark corner, staring in my direction. Morning doves aren't very common in Japan, but apparently they're everywhere in America. Um, did you want something from me? He looked away. Not really. I'm pretty sure it was him. Who I felt looking at me. There's no one else here. Are you sure? Yes. I don't want anything with you. It's the things you're carrying that I'm interested in. He glances at the desk as to say, Hurry up and return them already! Okay. Oh, sorry. Sorry. They were a little too dense and I never finished them. Were you waiting for them all summer? He sadly returns his case to his book. Maybe he's in a bad mood. He's in a bad mood. I'm Zach Bacon. A sophomore. What about you? Was ist ein, was ist sophomore? Okay, das Wort kann ich jetzt auch nicht. Aber natürlich schön, dass es jetzt nicht Bacon Zack ist, sondern Zach Bacon. Weil in Japan nennt man ja zuerst den Nachnamen und dann den Vornamen. Ich bin gespannt auf sein Bild. Oh, ja, okay. Er sieht aus. Wie heißt der nochmal? Bei, bei, bei Pokémon. Der Typ aus, aus Rubin und Saphir, der dieses Psycho-Pokémon, äh, dieses Trassler fängt. Heiko! Er sieht aus wie Heiko aus Pokémon. Fujishiro Nagaki, huh? Morning Dows are pretty rare in Japan. Maybe it's just his voice, but he seems kind of sad. Okay, ein Introvertierter. Natürlich muss es auch den geben. Leave me alone. He's reading his book again. Okay. Sorry to bother you. I keep meeting depressing people today. Ja, ich denke mal, wenn ihr immer noch zuschaut, seid ihr mittlerweile auch schon ziemlich depressed. Ich kann's euch nicht verübeln. Now that I have that out of the way, I think I'll head back to class. Wait, isn't that... Oh, Sakuya. You should have been interested... Okay, nochmal. You should have been instructed not to approach me in school. Yuya. Come on, Sakuya. What kind of thing is that to say to your own brother? After all these years. My brother? You must be joking. You never once been a brother to me. Please, don't try to talk to me. Achso, oh, scheiße. Okay, sorry. Es ist immer noch Sakuya, die spricht. Please, don't try to talk to me again. I've no time for half-breeds. I'll be going now. Half-breeds. Okay, er ist also auch noch rassistisch anscheinend. Hey, wait, Jester. I guess even if we're in the same school now, but what's done is done. I hadn't meant to eavesdrop, but I think I just overheard something juicy. Mmm, juicy. The ever-popular trendsetter and ladies' man, Sakazaki Yuja, is Sakuya's brother? I wonder what the story behind that is. Hey. You heard that whole thing, right? Are you a friend of Sakazaki Yuja's? I'm sorry. I didn't mean to listen in to you. Huh? No sweat. I tried to stay sexy. I tried to stay sexy and suave in front of all you little ladies, but that there wasn't too cool. This fainter pigeon is Sakazaki Yuja, an upper classman. I've never talked to him before, but he's famous, or infamous, throughout the school. Oh, every birdie knows of him. You're bacon, right? How did you... I know every birdie here. Besides, you're the only human. Natürlich. I'll be the only human at school to be in the school. Yeah. A single puppy in a field of rye. Did you say you were a friend of Sakazaki Yuja's? Not exactly. We had a rather ballistic introduction this morning. We're in the same class. That's all. I'd never have thought that stuck-up aristocrat Wannabe was your brother. The aristocrat Wannabe? He is an aristocrat. Actually, it's a genuine article in The Flash. He is? He's a bit of a pain, so good luck. Oh nein! It fängt auch mit Französisch an! He's a bit of a pain, so good luck, mon ami. Adieu! He really is a noble bird. He really is a noble bird. I've never heard anything like that about Yuya, though. Probably a twisty business. Next time. Ah, okay. Die Schule ist jetzt schon vorbei. That's all for today. Stay safe, everyone. Yay! Huh? Sir, where's Ryota? You said he was going... Ich hab schon wieder... Als ehrlich, ich hab schon wieder vergessen, welche Stimmen ich dem Lehrer gegeben habe. Hahaha, scheiße. Ich improvisiere einfach. He said he was going to the infirmary. Maybe you should go and see if he's still there? Now that I think about it, Ryota always did have a weak stomach. Natürlich hatte er schon immer einen schwachen Magen. Das ist nun mal Ryota. I should go to the infirmary, just to make sure he's okay. Okay, also gehen wir ins Krankenzimmer. Excuse me. Nobody's here? There's no one sleeping behind the curtains, and the doctor isn't here either. My hunter-gatherer instincts feel no presence. There's nobody here. Ryoota? No reply. The infirmary is empty. Weird. Did he go home already? I feel a little nervous poking around in the empty room. Now that I think of it, I haven't been here much before. Unlike Ryota, I'm perfectly healthy. Hm, 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 hm. Natürlich, I'm perfectly healthy. Natürlich. Ryota is wahrscheinlich so ein kränklicher, abkratzender Typ, aber natürlich bin ich total sportlich und toll und tough und habevolles Haar und feste Zähne. Woah, they've got all kinds of drugs in here. What do these even do? Care to find out. Boah, Alter! Was das denn, Alter? Voll die Rumkugel. Typ! Typ, wie der Dicke Vogel! Scheiße. Ich denke, ich muss ihm eine... Ich habe meine... Wobei, noch dunkler kann ich meine Stimme eigentlich gar nicht machen. Ich probiere es einfach mal. Gleich, wenn er spricht wieder. D-d-d-d-d-doktor! I'll feed you all sorts of things if you want. Hm. Oh nein, ist das nicht... Alter, ist das jetzt echt der Nussknacker, der im Hintergrund läuft? Ahaha! Es ist der Nussknacker! Du-du-du-du-du-du! No thank you! Warum ist der Anime-Charakter so ein langhaariger Homo und der Vogel ist einfach mal so ein fetter Pommes-Panzer? Wieso denn? Aber dieser Kontrast ist geil. Ich hätte es geil gefunden, wenn sie dem Vogel auch so eine komische Brille aufgesetzt hätten. Dieser Petrus ist Iwamine Shu, der Schoole-Doktor. Er ist eine eher schreckliche Person und hat eine schlechte Repetition zwischen dem Studenten-Body. Jeder kennt, dass sogar nur mit ihm zu sprechen kann dich mit Aspergillus, Psythacosis oder sogar Wörthlings. Ich habe keine Ahnung, was das beides ist, aber das klingt nicht gut. Und ich habe nie gehört, dass er ihn in die Tür kommen. Ninja-Doktor? Natürlich, er ist ein Ninja-Doktor! Von Textbox zu Textbox wird Shu immer besser. Du siehst nicht, dass du ein guter Grund bist, um hier zu sein. Du brauchst etwas? Ähm, ich habe gehört, Ryota. Kabare, von 2-3, war es hier zu sein. Him? Er ist bereits weg. Oh. Warum hat er mich nicht nach Hause gefunden, bevor ich nach Hause gehe? Sorry to bother you. I'll be going now. Oh man ey. Ah, finally you're of that den of evil. Ryota's already gone home. What do I do now? Oh. I never got a run to joining a club last year. Maybe I'll go take a look at some of my options. Natürlich, ich muss natürlich einer Schul-AG beitreten. I think there are clubs of baseball, soccer, track, kendo, migration, birdwatching. Hahaha. 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 Natürlich haben sie an dieser Schule eine AG für Vogel beobachten. Hahaha. Hahaha. Was passiert da? Sitzen die im Stuhlkreis und gucken sich nur gegenseitig an? Hahaha. Wahrscheinlich. Ich möchte unbedingt zu der Birdwatch-AG. Was ist da noch eine? Anyway, ich beginne mit dem Track-Team. I ran in middle school and it's always funny watching the birds hop around. Hahaha. I think their clubroom is on the ground floor off to the side. Okay, wir gehen jetzt anscheinend zu der, ähm, Laufen- oder Marathon, ähm, Sprintnage. A white dove is having a tantrum outside. A white dove is having a TANTRUM outside. Woah. Cuckoo. Cuckoo. This is no Pudding for a man. Cuckoo. Cuckoo. Okasan rejects it. It's a lie. A vicious falsification. He's dancing around on a squished pudding. What? Alter was? Er tanzt auf den zermatschten Pudding? Und die Musik dazu ist herrlich. Hey, that's not very nice to the pudding. Hahaha. Lass den Pudding in Ruhe, das ist nicht sehr nett. Und... Oko-san. Warum hat er kein menschliches Bild? Alter. Hahaha. This is Oko-san. He doesn't really look it, but supposedly he's a faintly piggin. I think. Either way, he's hyper. Get hyper? Get hyper? Get hyper. Er ist total hyper. Ok. Oko-san has suffered a de... Okasan has suffered a deception most vile. A wretched betrayal. Hahaha. Betrayal? Oko-san. Oko-san. Oko-san instructed that Pudding be provided for new members. Oko-san. But this is no Pudding. Ousted. Scorned. Betrayed. Dragged into the street and shot by those he trusted most. Hahaha. It's squished and filthy, but the thing under his feet looks like normal store-bought pudding. What's wrong with it? Cuckoo! Spare the jests, you young lady. Oh, ich bin ein Mädchen? Okay, ich bin ein Mädchen. Gut, hätte ich eigentlich mehr denken können bei einem Spiel, wo es darum geht, einen Boyfriend zu finden. Aber auf der anderen Seite sind die Japaner sowieso sehr in Yaoi und Schwuchtelkram. Also hätte es mich jetzt auch nicht überrascht, wenn ich ein Typ gewesen wäre. Aber das macht die Sache natürlich direkt interessanter. Okasan used Wing Attack! It's super effective! Natürlich müssen sie Pokémon-Witze machen! Okasan setzt Flügelschlag ein! Es ist sehr effektiv! Cool! They'll rue the day they cross Okasan! I'll have them flayed, hanged shot at dawn! He will! Cool! Okasan must no train to achieve true pudding! Farewell! Er muss trainieren, um den wahren Pudding zu erreichen! Natürlich! Natürlich läuft er nicht weg, nein, der Sound eines Rennautos kommt natürlich. And he's gone. He's a good runner, but what does putting have to do with the track team? Gute Frage eigentlich. And so ended the first day of my second semester in San Pigeonations. Oh. Okay. Ich speichere mal ab. Haben wir jetzt gespeichert? Okay, ich denke schon. Gut. Ich denke, das war erstmal genug. Heart of a boyfriend für euch. Der erste Tag ist vorbei. Wir haben viel erlebt. Wir haben Viota kennengelernt. Wir haben Kazuaki, den Lehrer kennengelernt, der eingepennt ist. Wir haben diese beiden Gaylord-Schwuchteln, die halb japanisch, halb französisch sind, kennengelernt. Wir haben den creepigen, dicken Jeep Jeep Doktor kennengelernt. Wir haben den komischen Introvertierten in der Bibliothek kennengelernt. Und wir haben diesen komischen Freak auf der Rennbahn kennengelernt, der auf Pudding rumtanzt und trampelt. Und ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um hier einen Cut zu machen. Und deswegen schaltet auch beim nächsten Part von dem Let's Play von Heart of a boyfriend ein, wenn ich dann vielleicht den Vögeln etwas näher komme und es langsam etwas romantisch wird. Also, bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen und haunse baunse!